Nachdem wir jetzt Monome ableiten können, fragen wir uns als nächstes, wie wir Polynome ableiten. Hierzu betrachten wir ein Beispiel. p ist gleich 3x² plus 7x minus 5. Wie lautet nun die Ableitung von p? Diese Frage lässt sich am besten beantworten, indem wir mehrmals Regel 1 Linearität bezüglich skalare Multiplikation und Regel 2 Linearität bezüglich Addition anwenden. Wir sehen hier die Ableitung von p von x. p' von x ist gleich in Klammer 3x² plus 7x minus 5 in Klammer zu Strich. Nun trennen wir 3x² plus 7 und minus 5 und wenden die Regel 2 an mit f1 von x gleich 3x² plus 7x und f2 von x gleich 5. Was ist jetzt die Ableitung von 5? Offensichtlich ist 5 gleich 5 mal 1. Wir wissen bereits, dass 1 Strich gleich 0. Das heißt, die Ableitung von 5, also 5 in Klammer Strich ist gleich in Klammer 5 mal 1 Strich ist gleich 5 mal 1 Strich ist gleich 5 mal 0 ist gleich 0. Das heißt, aus der Ableitung von 5 wird 0 ist gleich 3x² plus 7x Strich minus 0. Uns bleibt nun nur mehr der vordere Teil erhalten. Das heißt, 3x² plus 7x in Klammer Strich. Nun wenden wir wieder Regel 2 an mit f1 von x gleich 3x² und f2 von x gleich 7x. Nachdem wir diese beiden Teile getrennt haben, also 3x² abgeleitet plus 7x abgeleitet, wenden wir Regel 1 an mit a gleich 3 und f von x gleich x² und ebenfalls die Regel 1 mit a gleich 7 und f von x gleich x für den zweiten Teil. Umgeschrieben bedeutet es nun 3 mal in Klammer x² abgeleitet plus 7 mal in Klammer x abgeleitet. Nun leiten wir zweimal die Monome ab. Das heißt, x² wird zu 2x und x wird zu 1. Dies ergibt 3 mal 2x plus 7 mal 1 ist gleich 6x plus 7. Analog dazu ergibt sich beispielsweise π von x ist gleich 2x³ plus x² minus 3x plus 1 und π' von x ist gleich 6x² plus 2x minus 3, beziehungsweise allgemein ergibt sich folgende Form. Beim Ableiten ist es nicht immer ganz klar, welche der Ableitungsregeln angewandt werden soll. Oft gibt es verschiedene Möglichkeiten. Für welche man sich dann entscheidet, ist er im Prinzip egal. Alle führen zum selben Ergebnis. Auch hierzu betrachten wir ein kleines Beispiel. Bestimme die Ableitung der folgenden Funktion. h von r nach r, wobei h von x ist gleich in Klammer x-3 zum Quadrat. Betrachten wir nun die verschiedenen Ableitungsmöglichkeiten. Möglichkeit 1. Wir benutzen als erstes die zweite binomische Formel zum Ausmultiplizieren. Dabei wird h von x x-3 zum Quadrat zu x² minus 6x plus 9. Dieses Polynom leiten wir wie vorhin ab. h' wird zu 2x-6. Das heißt x² wird zu 2x minus 6x wird zu minus 6x und plus 9 wird zu 0. Möglichkeit 2. Wir definieren die Funktion u von x ist gleich x-3 und v von x ist gleich ebenfalls x-3. u' von x ist gleich 1 und v' von x ist ebenfalls 1. Wozu das Ganze dann? Nun, wir können die Funktion h auch schreiben als h von x ist gleich in Klammer x-3 zum Quadrat ist gleich x-3 mal x-3 ist gleich u von x mal v von x. Mit der Produktregel folgt nun h' von x ist gleich 1 mal in Klammer x-3 plus x-3 in Klammer mal 1 ist gleich x-3 plus x-3 ist gleich 2x-6. Möglichkeit 3. Hier definieren wir f von x ist gleich x-3 und g von x ist gleich x-3. Daraus folgt f' von x ist gleich 2x und g' von x ist gleich 1. Außerdem gilt h von x ist gleich x-3 Quadrat ist gleich in Klammer g von x zu Quadrat ist gleich f von g von x. Mit der Kettenregel folgt nun h' von x ist gleich f' von g von x mal g' von x. ist gleich f' von g von x mal 1, da g' von x gleich 1 ist. Ist gleich f' von g von x ist gleich 2 mal g von x ist gleich 2 mal x-3 ist gleich 2x-6. Wir wollen nun noch ein Beispiel für die Quotientenregel bringen. Bestimmt werden soll die Ableitung der Funktion f von r nach r, wobei f von x ist gleich x-2 plus 3x durch x-2 plus 1. Dazu definieren wir die Funktion u von x gleich x-2 plus 3x und v von x ist gleich x-2 plus 1. Beachtet, dass v von x nicht gleich 0 für alle rechten Zahlen x gilt, so müssen wir uns keine Gedanken über den Definitionsbereich machen. Mit der Quotientenregel folgt nun f' von x ist gleich u von x durch v von x abgeleitet. In der bereits bekannten Form für die Quotientenregel setzen wir nun unsere Werte ein und erhalten 2x plus 3 in Klammer mal x² plus 1 in Klammer minus x² plus 3x in Klammer mal 2x dividiert durch x² plus 1 zum Quadrat. In Summe ergibt dies minus 3x² plus 2x plus 3 dividiert durch x² plus 1 zum Quadrat. Wir haben bisher nur Polynome abgeleitet, wenn man mal von der letzten rationalen Funktion absieht, bei der das Ableiten auch auf Polynome führte. Aber auch die anderen Funktionen, die wir im Video Funktionen 2 kennengelernt haben, sind differenzierbar. So gilt beispielsweise sin' von x ist gleich cos x und cos' von x ist gleich minus sin x für alle x Element der reellen Zahlen. Zusammen mit Regel 1, Linearität bezüglich skalarer Multiplikation, erhalten wir sin x wird abgeleitet zu cos x, cos x wird abgeleitet zu minus sin x, minus sin x wird abgeleitet zu minus cos x und minus cos x wird abgeleitet wieder zum sin x. Auch die Exponentialfunktion exp von r nach r ist differenzierbar. Es gilt exp' von x ist gleich exp von x für alle x Element der reellen Zahlen. Ebenso ist der Logarithmus differenzierbar, allerdings nur für positive x. Ganz einfach darum, weil lnx nur für positive x definiert ist. Und wie sieht die Ableitung vom Logarithmus aus? Mit Hilfe der Kettenregel und einem kleinen Trick können wir diese Frage beantworten. Dazu definieren wir die Funktion h von r plus nach r, wobei h von x gleich x. Wie wir vorhin bereits ermittelt haben, gilt h' von x gleich 1 für alle x Element der positiven reellen Zahlen. Andererseits, und das ist der Trick, können wir die Funktion h auch schreiben als h von x ist gleich exp von lnx. Denn der Logarithmus ist ja gerade die Umkehrfunktion von der Exponentialfunktion. Mit f von x ist gleich exp von x und g von x ist gleich lnx erhalten wir nun h von x ist gleich f von g von x. Mit der Kettenregel erhalten wir nun h' von x ist gleich f' von g von x mal g' von x. Hier benutzen wir f von x ist gleich exp von x bzw. f' von x ist gleich exp' von x ist gleich exp' von x. Ist gleich exp' von g von x mal g' von x. Wir wissen aber bereits, dass exp' von x ist gleich exp von x. Das heißt, wir bekommen exp von g von x mal g' von x. Da g von x lnx ist, können wir g' von x gleich ln' von x schreiben und erhalten exp von lnx mal ln' von x. Da wir aber auch wissen, dass der ln die Umkehrfunktion vom exp ist, kommen wir auf x mal ln' von x. Wir haben also h' von x gleich x mal ln' von x und h' von x ist gleich 1. Es gilt also 1 ist gleich x mal ln' von x und damit 1 durch x ist gleich ln' von x. Für alle x Element der positiven reellen Zahlen. Damit haben wir die Ableitung vom Logarithmus gefunden. Zu guter Letzt wollen wir noch ein kleines Anwendungsbeispiel fürs Ableiten bringen. Dazu betrachten wir folgende Situation. Der Weiße vom Berg ist wieder auf den Skiern unterwegs und macht eine 4 km lange Wanderung. Das Höhenprofil dieser Wanderung ist durch folgende Funktion gegeben. h im Intervall von 0 bis 4 nach r, wobei h von x gleich in Klammer x minus 2 der Vierten minus 5 mal in Klammer x minus 2 Quadrat plus 7. Nun fragen wir uns, was ist eigentlich der höchste Punkt, den der Weiße erreicht? Wie bestimmen wir den höchsten Punkt der Wanderung? Dazu müssen wir das Maximum der Funktion h bestimmen. Dazu erinnern wir uns an den folgenden Satz aus der Schule. Ist die Funktion h in x differenzierbar und gilt h' von x ist gleich 0 sowie h' von x kleiner 0, so hat h an der Stelle x ein lokales Maximum. Ist die Funktion h in x differenzierbar und gilt h' von x gleich 0 sowie h' von x größer 0, so hat h an der Stelle x ein lokales Minimum. Lokal bedeutet hierbei, dass die Funktion h an allen Punkten in einer gewissen Umgebung von x kleiner bzw. größer ist. An den Randpunkten des Definitionsbereiches von h sind diese Regeln jedoch nicht anwendbar, da jede Umgebung eines solchen Randpunktes auch Punkte enthält, auf denen die Funktion gar nicht definiert ist. Diese Punkte müssen daher gesondert betrachtet werden. Was ist zu tun? Zunächst bestimmen wir die Ableitung von h. Hierzu könnten wir zunächst die Funktionsvorschrift für h ausmultiplizieren. Allerdings macht das bei einem Exponenten von 4 wenig Spaß. Besser ist es hier die Kettenregel anzuwenden. Dazu definieren wir uns die Funktionen. f von x ist gleich x der vierten minus 5x² plus 7. f' von x ist gleich 4x der dritten minus 10x. g von x ist gleich x minus 2. g' von x ist gleich 1. Dann gilt h von x ist gleich f von g von x sowie h' von x ist gleich f' von g von x mal g' von x ist gleich f' von g von x ist gleich 4 mal in Klammer g von x der dritten minus 10 g von x ist gleich 4 in Klammer x minus 2 der dritten minus 10 mal in Klammer x minus 2. Wann wird diese Funktion gleich 0? Wann wird diese Funktion gleich 0? Dazu müssen wir h' von x gleich 0 setzen. Dabei erhalten wir 0 ist gleich 4 mal in Klammer x minus 2 der dritten minus 10 mal in Klammer x minus 2. Durch herausheben bzw. ausklammern erhalten wir in Klammer x minus 2 mal in Klammer 4 mal x minus 2² minus 10. Nun fragen wir uns, wann wird denn diese Funktion 0? Nur wenn x minus 2 0 wird oder wenn der zweite Teil 4x minus 2² minus 10 gleich 0 wird. Bei der ersten Möglichkeit x minus 2 gleich 0 erhalten wir unsere erste Nullstelle, bei x gleich 2. In der zweiten Möglichkeit betrachten wir nun den größeren Block. 4 mal in Klammer x minus 2² minus 10 ist gleich 0, was ausmultipliziert 4x² minus 16x plus 6 ist gleich 0 ergibt. Und wie rechnen wir das nun aus? Mit der großen oder der kleinen Lösungsformel, welche wir beide schon behandelt haben. Wir verwenden nun die kleine Lösungsformel. Dafür müssen wir aber beide Seiten der Gleichung vorher durch 4 teilen und erhalten x² minus 4x plus 3 halbe ist gleich 0. Eingesetzt in die kleine Lösungsformel erhalten wir als Endergebnis 2 plus minus Wurzel aus 5 halbe. Die Nullstellen von h' also der ersten Ableitung sind somit x1 gleich 2 plus Wurzel aus 5 halbe ist gleich ungefähr 3,581. x2 ist gleich 2 minus der Wurzel aus 5 halbe ergibt ungefähr 0,419. Und x3 aus unserer ersten Möglichkeit ist gleich 2. Handelt es sich hier nun um Minima oder Maxima? Dazu müssen wir die zweite Ableitung betrachten, also die Ableitung von h'. Dies machen wir mit der Kettenregel. h' ist gleich 4 mal x minus 2 der dritten minus 10 mal in Klammer x minus 2 ist gleich f von g von x. Wir haben hier also wieder eine Kettenregel mit f von x gleich 4x der dritten minus 10x, wobei f' von x 12x² minus 10 ergibt und g von x ist gleich x minus 2, wobei g' von x gleich 1 ergibt. Wir halten somit für unsere zweite Ableitung h' gleich f' von g von x mal g' von x gleich f' von g von x gleich 12 mal g von x zum Quadrat minus 10 ist gleich 12 mal in Klammer x minus 2 zum Quadrat minus 10. Es gilt also, h' von x1, also unserer ersten Nullstelle, ist gleich eingesetzt 20, das heißt größer 0. h' von x2, unserer zweiten Nullstelle, ist ebenfalls 20, jedoch aufpassen, wir setzen hier 2 minus Wurzel 5 halbe ein. Und als letzte Nullstelle haben wir noch x3 und h' von x3 ergibt minus 10, ist also kleiner 0. An der Stelle x1 und x2 hat die Funktion h also ein Minimum und an der Stelle x3 ein Maximum. Die entsprechenden Funktionswerte zu unseren Nullstellen lauten, h von x1, wobei x1 2 plus Wurzel 5 halbe war, ergibt 0,75. h von x2, wobei x2 2 minus Wurzel 5 halbe war, ergibt ebenfalls 0,75. Und für unsere letzte Nullstelle h von x3, wobei unsere letzte Nullstelle 2 war, erhalten wir 7. Zum Abschluss müssen wir noch die Funktionswerte an den Intervallrändern 0 und 4 betrachten. Wenn wir unseren ersten Intervallrand 0 einsetzen, erhalten wir 3. Und wenn wir unseren zweiten Intervallrand 4 einsetzen, erhalten wir ebenfalls 3. Der Almöhi beginnt seine Skitour also auf 3000 Metern. Nachdem er eine horizontale Strecke von 419 Metern zurückgelegt hat, ist er am Punkt x2 angelangt, auf einer Höhe von 750 Metern. Dies ist ein vorläufiger Tiefpunkt seiner Wanderung im geografischen Sinne und anschließend geht es wieder hinauf. Nach insgesamt 2 Kilometern horizontal zurückgelegter Strecke hat er den Punkt x3 erreicht, den höchsten Punkt der Tour auf 7000 Metern. Es folgt eine rasante Abfahrt und wenig später, nach insgesamt 3581 Metern, ist er wieder auf 750 Meter Höhe angelangt. Es gilt den Schwung zu nutzen, denn auf den letzten 419 Metern geht es wieder steil bergauf, bis der Weise vom Berg nach 4 Kilometern wieder auf 3000 Metern Höhe ist. Insgesamt eine recht sportliche Leistung. Abschließend wollen wir die Funktion h noch mit Hilfe von MATLAB visualisieren. Dazu geben wir ins Kommandofenster folgende Zeile ein. Achtet aber darauf, dass ihr die Leerzeichen nicht überseht und zwar nach dem add in Klammer x und zwischen den Intervallgrenzen 0 und 4 am Ende des Befehls. Nach dem drücken der Enter-Taste erhalten wir folgenden Plot. Wir erkennen die beiden Minima bei x2 gleich 0,419 und x1 gleich 3,581, sowie das Maximum bei x3 gleich 2. Wie ich gesagt habe, und nun bekommt jeder ein Stück von der Pizza. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.